Herzlich Willkommen zu My Flower Movie, Helping Flowers Blütenessenzen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Bist du der Schneeheide-Typ? Könntest du sagen, ich kann nicht so sein, wie ich wirklich bin. Der Druck von außen ist mir zu viel. Ich bekomme zu viele Namen aufgepumpt. Wenn das auf dich zutrifft, dann bist du hier richtig. Und gleich neben dem Wasserfall, hat sich die Schneeheide ihr Plätzchen ausgesucht. Hier sieht man schon das rosa Leuchten von der Ferne. Ein bisschen näher rangehen. Dieser strahlende Pink ist einfach wundervoll. Die Schneeheide liebt es neben den Steinen, die am Tag die Wärme sammeln und dann als Wärmereservoir quasi für die Nacht dienen. Die blüht gleich, nachdem der letzte Schnee weg ist. Die Schneeheide steht für Authentizität. Das heißt, ich kann authentisch sein. Ich soll authentisch sein. Und der sein, der ich wirklich bin. Ich muss mich nicht verstellen oder irgendwelchen Gruppen zugehören. Denn ich bin ein wunderbares Wesen, so wie ich bin. Das ist die Schneeheide der Helping Flowers Blütenessenzen. Die Schneeheide blüht ganz pink und das gleich nach dem Winter, nachdem der letzte Schnee weggeschmolzen ist. Man muss sich vorstellen, im eiskalten Schnee zarte und farbenprächtige Blüten hervorzubringen. Ja, das ist auch das Thema dieser Essenz. Die Blüte hilft zum Beispiel, wenn man sozial überkonditioniert ist oder zu viele Kompromisse eingeht und seiner eigenen Persönlichkeit untreu ist. Und bewirken kann die Blüte, dass man lernt, sich zu lieben und zu akzeptieren, so wie man ist. Dass man sich von sozialen Normen und Konditionierungen befreien kann, die einem nicht mehr nützlich sind. Und so wahre Selbstbehauptung leben kann. Ja, das ist Schneeheide. Wenn man mehr über die Schneeheide erfahren will, dann einfach im Buch nachschlagen. Mein Helping Flowers Buch gibt es online zu kaufen, unter dem Link, den ich einblende. Alles Liebe, eure Silvia Saloni Das ist ein Blüte, das ist ein Blüte, das ist ein Blüte.